Willkommen zurück bei dem Let's Play von der Legend of Zelda, meine gedrehten Freunde. Wir sind dabei, den Turm zu erholen, bzw. den Palast des ersten Bosses in der Unterwelt. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich jetzt mal schauen, wir brauchen sieben Kristallen. Sieben, die sieben Weisen zu befreien, um danach die Prinzessin zu befreien. Egal, wir kommen zu, und jetzt werden wir vernichtet. Natürlich brauchen wir den Schlüssel in der Mitte. Wir haben hier einen Knopf gefunden. Doch er bringt uns nichts. Hier wartet nur das Feuer auf uns. Doch nichts weiter. Oh ja, eine Truhe. Was verbirgt sich in der Truhe? Der ist Schlüssel Nummer 1. Was ist hier? Nichts. Gehen wir wieder nach oben. Oh yeah. Zambi? Das schieben wir. Ich komm nicht durch! Ich komm nicht durch! Ah! HEPAZ! Nun gut, dann müssen wir den Schalter verbinden. Wir sind hier. Eine Fee. Oh, das ging immer fix. Was ist hier unten? Sag es mir. Was ist hier unten? Es ist.. Menschen nicht Ok, machen wir das auf... BABS! 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 Aha Dann sollten wir mal da auf dem Pfeil ausrechnen H-h-h-h-eh BATS! Ich glaube, da müssen wir noch gar nicht hin, aber egal. Jetzt werden wir gleich feststellen. Eine Truhe. Die Karte ist drin! Was? Hör! 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 So, dann brauchen wir hier Bomben, ich bin mir sicher, gibt's irgendwo einen Geheimgang? Oh, das ist ein Geheimdienst! Oh, ja, noch ein Schlüssel! Ah, wir sind wieder ruhig sparen, wir brauchen hier Geht's weg? Was weiß denn? Ist jetzt nicht gut für mich Ideal gemeistert! Und wenn ich mich nicht täusche, da kann ich hier runterfliegen Aber ich kann hier was machen! Tut-cut-cut! Wihuhuhuuui! W совсем gut. Schwab, kein Geld, masster! WACKED Sie, reset zu der Gäste! ich bin blöd ich glaube da müssen wir runterfallen aber zuerst machen wir das andere sind ich drücke die falsche Taste sooo dann machen wir das so und dann machen wir das so ok erst hallo bin ich zu dumm für alles hier hier da geht doch geh weg geh weg das war knapp so jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel und den Master Key wo ist denn Kompass wir haben einen Lincoln oh ja was ist hier? ein Schlüssel und hier ein Bogen ein Koleonende jajajajaj so das haben wir geschafft und da müssen wir noch mal was dauern was soll das werden okay das ist ja nicht cool du 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 yeah ich finde ich cool Was? Ist das nicht cool? Schwarz. So, nur mal. Jetzt müssen wir natürlich da wieder runter. Damit wir das da auslösen können. Und frauen die alle runter. Alle. Uff. Alles klar. Uff. Ab. Das gehen wir nicht. Ich muss mich wieder umgewinnen an die Steuerung. Ich hab die mich umgestellt. So, da müssen wir jetzt... Warte mal. Das ist noch nicht. 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 Alles. So. Komm schon, komm schon. Komm schon. Jetzt sind wir gemeistert. Oh yeah. Jetzt kommen wir hier zum Baus. Was? Was? Bögen. 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 Ich habe doch jetzt da alles schon erkundet, was man erkunden kann. Was habe ich falsch gemacht? Das ist die Frage. Den Key habe ich noch nicht. Ich muss dafür nicht. Obwohl A nicht erscheint. Wir werden das jetzt machen. Aber schon heftig, oder? Niemand da vorgehen muss, um nur mal etwas zu erreichen. Mach auf. Ich hoffe, das war der richtige Weg. Aber ohne Key geht nichts. Blöd. Nimm mal da runter. Da ist der Schlüssel! Da ist der Schlüssel. Oh. Und Ketchup. Oh. 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 C4 So, kopf. K, arms. Ich wäre in K2. So, was schon? So, was schon das? DADADA Perfekt. Und jetzt holen wir uns den Hammer. SPOILER! Aber war doch eh klar. Ich weiß, dass du immer den Hammer brauchst. Ich glaube, der will watschen links und rechts... Ich glaube, der will watschen links und rechts! eine schlüsse ja den brauchen die mich noch okay okay wohl die mache ich so fertig er noch nicht auf die schmerz weg weg und jetzt nehmen wir den bogen und dann werden wir alle hallo 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 ob es noch ein fehl das war so ein fehl und es ist noch ein oder war doch immer nur einer oder fuhr doch gemein hier denke ich mir ja das hat mich verarscht Wie ich mich verarscht habe. So gemein, oder? Das wäre fies. Ihr habt es gesehen, hm? Ja. Ah, schau, schlüpst euch alle auf. Kleine... Kleine Möchtegern-Flammenwerfer. Bombe! Wie da, kannst du die Bombe zünden? Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Geil weg. Ach, keiner, dein blödes Feuer. Nur interessant. Moraine, nicht Schlüsse, ey, ja. Nicht Schlüsse, ja. Schlesse, ey. Muss ich hier wieder aufmachen? Ja, 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 ja. Was, Alter, hast du... Ich bin heute besonders gut, und deswegen hol ich mir den Hammer. Damit ich mal alle auf den Kopf klopfen kann. BASS!